In Düsseldorf hatte ich einen Laden. Der hatte einen richtigen Heckschaden gehabt. Alles wurde gezogen. Wir wollen das Hecken machen. Wir wollen das Hecken machen. Wir wollen das machen. Hier, da sieht man auch. Parlayern. Durch, ja. Dankeschön. Achtung bei dir. Erstmal das Auto abchecken, ob alles in Ordnung ist. Der stand jetzt ein paar Tage hier. Reifen sind gut. Laufen tut der gut. Eilus, kannst du mal vorne aufmachen, bitte? Multi! Gut. Willkommen bei den Kfz-40s. Schön, dass ich eingeschaltet habe. Boah, es ist so heiß hier. Ich bin ja noch momentan in Antalya, in Belek. Und werden ja in zwei Tagen losfahren. Und ich hatte ja, wie wisst ihr, oder viele, die es nicht wissen, ich hatte ja einen Schaden gehabt in Griechenland. Der wurde abgezogen, ach, abgezogen. Der wurde abgeschleppt nach Edirne und danach haben wir das repariert. Jetzt habe ich meinen Urlaub gemacht. Also, was ist der Urlaub? Ich habe jetzt schön hier gechillt. Keine Ahnung, wo, hier irgendwo, Belek. Ich will ja heute nochmal probieren, ob wir eine Werkstatt finden. Wir haben ja momentan so 1.000, 200, 1.000, 300 Kilometer gefahren. Und will einmal nochmal einen Ölwechsel machen, weil, ja, falls da nochmal Späne drin waren, vielleicht hat der Ölfilter das ja auch gefangen. Egal, Ölfilter neu, Öl neu. Ich will aber so jetzt 5W40 machen, anstatt 5W30, weil ich habe eine Inspektion gemacht vor 4.000 Kilometern. Und da habe ich 5W30 reingemacht. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu dünn für den. Deswegen werden wir gleich umswitchen auf 5W40 und mal schauen, wie er da mit 5W40 reagiert. Oh, ich muss mir eine Sonnenbrille tragen. Es geht nicht anders hier, ehrlich. Nicht, dass ihr denkt, hier, Artist hier. Ich weiß nicht. Guck mal da, doch, zwei Dellen habe ich da. Ich sehe das von hier nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir zwei Dellen und die stören mich. Und der Dellen-Doktor, das ist mir so ein kranker Typ, der ist richtig gut und sehr sympathisch. Und dahin werden wir gehen, der ist ein Sider Manavgat, ist das dort, Ayros? Einfach ein bisschen Smalltalk machen, gucken, wie es in der Türkei läuft. Was er zu erzählen hat, wie es hier ist, warum er ausgewandert ist. Ich finde es sehr, sehr interessant. Und dann die Arbeit von dem. Die ist Wahnsinn. Bevor wir loslegen, machen wir das Wichtigste zuerst. Alter, geh doch mal weg hier. Was ist los mit dir, ja? Mann, ey, du hast heute frei. Keine Sorge, du brauchst nicht mitarbeiten. Ja, da freut sie sich. 34 Grad. Habt ihr auch Urlaub gemacht? Oh, habt ihr Urlaub gemacht? Für die Leute, die immer wieder fragen, das ist ein Android-System. Kann ich euch nur empfehlen. Aber ich weiß nicht, von welcher Marke. Ich habe ja Luftfederung hier. Ich habe den Wagen einfach mal ganz hoch gemacht und ich fahre damit so. Sieht bescheiden aus, aber es ist unglaublich. Diese Luftfederung, so gechillt. Es macht schon Spaß. Ich weiß nicht, mit was viel Sprit der fährt, aber so wie es aussieht mit Holzkohle. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Manavgat Tijaret Berkese Hier ist also nicht normal Samai, das heißt, hier wird jetzt keine Autoreparaturen und so durchgeführt. Hier sind, glaube ich, mehr so Händler, Experten, ich glaube, Lackierer. Man sagt ja, Manavgat ist auch so ein bisschen so reichen Gegend. Habe ich mal so gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Wir müssen auf jeden Fall zu unserem Oster. Ich habe die jetzt ein Jahr nicht gesehen. Ich habe die ja letztes Jahr kennengelernt, wo ich mit dem Audi über so einen Schlagbauch gefahren bin. Und da haben wir eine Bühne gesucht. Und da habe ich die kennengelernt. Ich glaube, da hinten ist es. Yes. Auch schöne Autos, ne? Bentley, BMWs. Kötyk Center. Ich glaube, hier war Ustas Stelle. Hier, genau. Ustas, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Dankeschön, Dankeschön. Er hat sich das natürlich angeschaut. Er meinte, Junos, das ist doch nicht so einfach. Der muss da echt oft ziehen und dann klopfen, dann wiederziehen. Das ist nicht so schnell gemacht. Aber für Aufnahme wäre es auf der Haube und so. Ja. Wie so 10, 10 Minuten dauern. Ja. Ja. Es ist ja nicht schlimm. Die Dellen habe ich hier extra. Ich wollte einfach mal hier so machen. Ich wollte das mal zeigen, wie du das machst. Amatsch ist ja dicht zu sehen. Das ist ja ein Buster, der hat ja früher eine Zubaufgabe. In Düsseldorf hatte ich einen Laden, aber beim Daimler-Wenz-Sinder-Fingen habe ich das gelernt. Und dann bist du hier rüber, was ist das? 20 Jahre Düsseldorf, 20 Jahre Stuttgart. Stuttgart war es auch. Und jetzt bist du hier. Ja. Und du bist hier super zufrieden? Natürlich. Und ich sag mal jetzt, die würden dir jetzt das Doppelte an Geld geben, was du hier verdienst. Würdest du wieder zurückgehen? Nee. Ehrlich? Nee. Du bist so zufrieden, ja. Ja, meine ganze Familie ist hier. Ja. Meine Kinder, die haben genug zum Leben. Ja. Und hast viel zu tun. Und jetzt habe ich noch ein paar Monate zur Rente. Schön. Das wird noch mehr. Und meine Kinder verdienen sehr gut hier. Das ist eigentlich, was ich hier mache, wie Hobby. Ja, aber ich muss auch sagen, du hast hier genug zu tun. Du bist hier bekannt, ne? Ja. Und du machst echt gute Arbeit. Genau. Ja, das muss man auch sagen. Wir haben das ja letztes Jahr beobachtet, wie er das gemacht hat. Schade, diesmal schaffen wir es nicht, weil es einfach zeitlich nicht ernaut. Ja, eine Beule könnten wir vielleicht, wenn du unbedingt für Aufnahme was machen, eine Beule. Ja, bringt ja nichts mehr. Eine Beule haben dann die drei Beulen auf deinem Tag. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Der Wagen muss erst mal gut zum Kleben, muss der erst mal kalt werden, wie der Wagen. Jetzt bei der Hitze, ja. Wir haben ja fast jetzt kalt. Einfach der Kleber wird nicht so schnell kalt. Ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben dich ja gesehen hier. Hier, was machst du hier an dem Fahrzeug? Hast du schon was gemacht? Ja. Der hintere Teil, das war alles hier kaputt. Kaputt. Eingedrückt? Eingedrückt. Und du hast es nicht lackiert, ne? Nein, nein. Da habe ich hier, der Punkt ist ein bisschen gedehnt. Deswegen geht es nicht hundertprozentig. Aber sonst ... Wahnsinn. Die Leute wollen lieber nicht lackiert, als so Kleinigkeit. Und wie lange hast du dafür gebraucht? Wie lange? Zwei Tage. Zwei Tage? Ja. Wow. Eulendellen-Geschichte. Nein. Er macht richtige Unfallschaden. Zieht heraus, ohne es zu lackieren. Natürlich, wenn es Feuer ist, der Lack nicht kaputt ist. Ist doch klar, dass er hier genug zu tun hat. So, wir werden uns gleich mal fragen, ob wir hier eine Werkstatt haben. Dann wenigstens, dass wir Ölgeschichte heute machen, wäre geil. Und natürlich das Wichtigste auch. Das ist der Kollege, der letztes Jahr uns geholfen hat. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Da ist so leichte Vibrationen gehabt. Ich habe uns hier auch ein bisschen eingebildet. Und dann habe ich eine Werkstatt gesucht. Und ich habe hier den Chris abgeholt. Hier in Mannavgat. Also Siede. Und dann haben wir hier das hier gefunden. Und dann haben wir den Wagen bei den Autoexperten, das heißt das ja hier so, Guterachter, haben wir hier gefunden. Und das war der Kerl. Das ist der Kämmer. Wir haben die Bühne genommen. Wir wollten halt Geld geben. Wir haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Dann haben wir noch was zu trinken bekommen. Dann haben wir wieder was zu trinken bekommen. Ich sagte, nee, wir müssten zahlen. Nee, müsst ihr nicht. Also super, super Gastfreund. Wahnsinn. Also ich kenne das ja auch. Wenn einer bei mir in der Werkstatt ist, ey, trinken. Willst du was trinken? Dann holen wir uns was zu trinken. Dann holen wir uns Kaffee und das und dies. Bei uns ist das auch selbstverständlich. Aber das hier war auch schon unglaublich. Ich muss nur sagen, die haben sofort geholfen und gesagt, ey, guck dir das an. Kein Problem. Heb den hoch. Guck, wie lange du willst und so weiter und so fort. Wahnsinn. Und das finde ich geil hier. Das ist der Kämmer hier. Das ist ja der Autohändler. Ehrliche Haut auf jeden Fall. Ja, Reifen sind so leicht porös hier. Wir saßen jetzt noch ein bisschen dort. Haben mit Cephalach Ostern noch ein bisschen geredet und so. Hab die Geschichte erzählt, das was mir passiert ist und so. Hat er mir die ganze Zeit jetzt eine Werkstatt organisiert. Die soll echt gut sein. Und wir werden jetzt da hinfahren und dann werden wir einmal Ölwechsel machen. Keine Ahnung, wo das ist. Der hat mir jetzt einen Standort geschickt. Da werden wir jetzt hinfahren. Dann haben wir jetzt noch ein paar Jahre. Keiner denkt hier schlecht. Keiner macht hier einen schlecht. Die helfen. Du sagst, ey, ich brauche eine Werkstatt. Kannst du mir eine empfehlen? So, ey, sofort geh da hin. Und dann ruft der der andere so, ey, das ist von mir. Der kommt von mir. Macht einen super Preis. Also, ne? Das ist, finde ich, Hammer. Einfach nur Hammer. Und, das wäre von sich aus, ey. Die versuchen einfach zu helfen und das liebe ich. Diese Mentalität, diese Wärme, die ihr hier spürt. Ne, wir haben schon fast 40 Grad. Und wenn ich bei dem bin, fühlt sich das wie 60 Grad an. Also, einfach diese Wärme aufstrahlen. Wahnsinn. Gut, Leute. Wir haben ungefähr zwölf Minuten Weg. Ich fahre mal da hin. Und dann frage ich mal, was für ein Öl die benutzen. Ich hoffe mal, dass wir ein Motul da haben. Und dann, ja, Ölfilter machen wir rein. Und wenn wir noch vom Motul noch irgendwie so einen Zusatz haben, so einen Reiniger. Irgendwas reinkranschen. Raus. Ich hoffe mal. Also, ich habe ja natürlich geguckt, ob da jetzt Späne sind oder nicht, ne? Aber natürlich kannst du, zu 100% kannst du da nichts ausschließen. Aber ich hoffe mal, wenn da mal Späne drin waren, dass der Ölfilter das schon aufgefangen hat. Deswegen Ölfilter müssen wir auch noch. Ganz, ganz wichtig. Oder mindestens den Ölfilter einmal abschrauben und gucken, ob da Späne drin sind. gut. Ich fahre mal dahin. Ich fahre mal dahin. Ich fahre mal dahin. Wow, wie geil das da aussieht, ey. Ein sehr schöne Moschee. Aber der Hintergrund noch. Wow. Ich bin jetzt wieder in Sanai. Aber ich weiß nicht wohin. So, wir müssen noch 300 Meter nach vorne und das macht der Kollege hier. Und dann nach links. Was? Okay. Da, wo das Auto herkommt oder ist das der? Nein. Da, wo das Auto herkommt. Boah. Also, wenn ihr die Strecke hier fahren solltet. Links abbiegen auf 2070 Sog Hack. Dann rechts abbiegen auf 2068 Sog. Dann passt auf die Schlaglöcher auf. Wo ist denn hier noch ein Sog Hack? Ey, verstehe ich nicht. 70 Meter. Dort. Hier rechts. Wo der herkommt. Gut, dass ich das Auto nicht gewaschen habe. Aber ich habe das Auto nicht gewaschen. Weil dann wird es genauso aussehen jetzt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So. Auf der rechten Seite ist die Werkstatt. Okay. Ey, guck mal. N-E-N-G-A-Service. Passt doch. Auf der rechten Seite kann ja nicht sein hier. Ist ja nichts. Ich glaube, dass ist das hier. Kann das sein. Ist Export. Krass. Aber keine Werkstatt. Ich brauche Werkstatt. Söndem. Söndem. Ich bin hier in Sanayi gekommen. Aber ich bin hier in Sanayi gekommen. Und Tamirah. Was ist das? Söndem. Ja. Naci, Tamirah. Was ist das? E-N-G-A? 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 Ja. Okay, ich bin hier. Tschüss. Also, doch dieses E-N. Gut, dann gehen wir mal da hin. Aber das sah ja voll aus. Wo gibt es denn eine Werkstatt? Wo gibt es denn da eine Bühne? Ja, das hat mir Sefeloch Ustar empfohlen. Und ich muss aber sagen, Leute, er macht mir einen sehr, sehr, sehr professionellen Eindruck. Schöne Bühnen. Da ist eine Bühne. Ist schön gepflegt. Sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir auf jeden Fall hier. Und die machen echt viel Arbeit, wie es so aussieht. Und ja. Ich habe jetzt geredet, irgendwas mit 4.200, 4.300 TL. Das kostet genauso viel wie bei uns. Mobilöl. Motul haben wir leider nicht da. Ich will hier auch einmal ACC anschauen. Ob wir ACC auch noch irgendwie, ja, Stecker kurz abziehen. Aber ich hoffe mal, ich hoffe mal, das ist das letzte Mal, dass wir in dieser Türkei-Reise auf der Bühne sind. Also ich habe echt keinen Bock mehr. Diesmal machen wir das freiwillig. Letztes Mal war es nicht freiwillig. Hier steht vor der Frage, Auto nochmal reparieren. Wie unser Taxi, der eine Million Kilometer hat. Oder neues Gebrauchte. Und darum geht es auch in unserem neuen TV-Format Kippit or Kickit. Auf D-Max. Was müsst ihr mitbringen? Ihr solltet Lust auf die Kamera haben. Zweitens. Es geht hauptsächlich um Auto, nicht um Dreirad, nicht um Fahrräder und nicht Motorräder. Dritter Punkt. Natürlich Money für passende Gebrauchte zu finden oder für die Reparatur. Dann hä? Jonas, wer nicht weiß, dass mein Auto das und das hat und das kostet so und so viel Geld? Was macht ihr da? Mit Fachleuten bewerten wir euer Auto. Was würde die Reparatur kosten? Oder wir finden euch ein neues Gebrauchtes. Zweiter Punkt. Bonus. Das heißt, für ein neues Gebrauchtes oder für die Reparatur werden wir auch finanziell mitsteuern. Dritter Punkt und das ist das wichtigste Punkt, was wir machen. Wir werden das Auto reparieren, ob es der alte oder der neue Gebrauchte ist. Wir werden das so reparieren, dass ihr Minimum zwei Jahre sorgenfrei fährt. Schreibt uns an. Wir versuchen zu helfen. Alles unten verlinkt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja vor der Kamera. Alter, brauchst du ein neues Auto? Ich hab gehört, dein Alter ist total schade. Ich kann dir eins besorgen. Kein Problem. Wir können darüber reden. Komm. Machen wir mal. Erste Folge mit dir. Die haben mich auch hier zum Essen eingeladen. Oh, der Uster ist schon da. Warte. Warte. Okay. Soll reinfahren? Ich hab nur gesagt, die sollen das nicht absaugen. Er meinte, aber absaugen wäre besser. Ich sagte, nein. Nicht absaugen. Ich will, dass wir das von unten rausholen. Ich hab erst mal kurz auf. alles wird. Ich hab schon mor eyes eingeladen. Ich hab nicht das. Neisch Gracias, menor unserem Wasserlauf? Ich hab alles zu vergeschrt immer wieder hin。 Das De Woche brauche ich nicht mal. hinzubebern. Ja, genau so ist es. Wenn es so schön ist, dann wird es so schön. Aynen, das ist das Aluminium. Ja, dann wird es so schön. Wie machst du das? Ich bin ich. Ich bin ich nicht. Wer? Ich bin ich. 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 Ich bin ich sehr schön. Achtung? Ich habe eine große Gerache gewonnen. Wir haben ein Scherp Schwung. Das ist es so schön. Ich sehe, es ist es eine kleine Gerache. Du sieht man. Ja, das ist es so schön. Wderst du? Ah콩! Das ist so schön. Das ist so schön. Es ist gut drauf, es ist gut. Usta extrem war. Ja, wir haben sehr gute Ustalen. Wir haben sehr gute Ustalen. Aber wenn wir 100 Tammirchen haben, dann können wir 90 oder 80 Tammirchen. Ja, er sagt das auch. Er sagt, wenn wir 100 Mechaniker haben, sind davon 80 nicht zu gebrauchen. So schlimm würde ich das jetzt nicht sagen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Was uns einfach nur fehlt, ist ein Mentor. Ein Mentor, den ich hatte. Einer, der sagt, ey Leute, so nicht. Mach das so und so und so und so und so und so. Das fehlt hier. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Der scheint mir echt einen fitten Eindruck zu machen. Das sieht man schon. Das ist eine ganz andere Liga als ein Edirne. Muss ich schon sagen. Hat mir ja auch Sey von Usta empfohlen. Und wenn er was empfiehlt, der kommt ja selber aus Deutschland, dann muss das schon was heißen. So, wir lassen das Öl ab. Gucken uns den Ölfütter gleich an. Und dann trage ich mal hier allen, was die hier alle machen. So, wir lassen uns den Ölfütter gleich an. So, wir lassen uns den Ölfütter gleich an. Aynen, wir lassen uns den Ölfütter gleich an. Wir machen das jetzt eine mit einem Ich habe ihn gefragt, ob der Öl verläuft hat, aber ich werde ja auch gleich einmal runter gehen und gucken. Jetzt schauen wir die Hähl. Helikol Kulavuz. Das sieht man auch. Ein dxe Và. ja also ja genau er meint das ist von heliköl noch also das ist nicht irgendwie anfangen das jetzt nicht irgendwie dass wir lagerschalen oder so an aber macht das echt gut so muss das sein einfach mal ganz kurz drauf spielen so fertig das ist es nicht so schön du hast du hier alles gemacht Motor, ön düzen, arka düzen Das ist alles gut. Dort ist der Motor komplett in der Nähe. Wie war das? Der Motor ist komplett zerlegt. Der Motor wird hier komplett zerlegt. ihr habt ja gesehen wie hoch wir sind. Kommt der hier mit dem Aufzug runter. Der Motor wird hier komplett zerlegt. Der Motor wird hier komplett zerlegt. Zusammengebaut. Und danach, ihr habt ja gesehen wie hoch wir sind. Kommt der hier mit dem Aufzug runter. Guckt euch das mal an. Wow, wie viele Meter wie hoch sind. Also ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube die Lagerschalen sind kaputt gewesen, sagt er. Guckt euch die Lagerschalen. Ach du heilige. Wackenlöser. Ja bu hiç yağ mı kullanmamış ne yapmış? Ne yapmış? Buralar yaktığını görsünler. Bu daha sökülmemiş halde mi? Bu. Ölmüş. Bunu şimdi yeni, bunu kurtarıyorsunuz ama değil mi burada? Yok. Kurtarmıyorum. Hadi bu yeni mi yapılacak? Bu change, değişecek. Guckt mal. Er hat sich sowas hier gebastelt. Wahnsinn. Benzin. Detail fırçası. Haa. Burda kalde. Ach du heilige. Also gurbetçi. Ach du Scheiße. Es ist auch einer von außer. Kerebe. Der kommt aus England und ist hier stehen geblieben. Und man muss sagen, er ist bei dem richtigen gelandet. Also er ist echt gut. So. Ustaşilik ne zaman geldi bu araba? 10 gün falan oldu. Kaç günler sürecek upt hoplamas? 15 günlüm daha da almış. 15 günlüm daha da almış. 25 günlüm daha da almış. 25 günlüm daha da almış. Ich finde das geil. Er macht das hier. Er hat seine Ruhe. Er macht das vernünftig. Er macht alles sauber. Und dann baut er das. Und dann geht es runter. Wahnsinn. Geil. Ja. 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 Er weiß auch alles, mein Ölfilter auch da gehabt, guck mal hier. Wo das herren yerin? Ach du eine, ein bisschen. Müşterisalon. Kolay gelsin. Alter. Yebekahne. He, Allah razö olsun, da eine Baral-Cay habt da, arkadaş. Masjid. Ah, zum Beten. Allah razö olsun. Masjid. Check, check. Check, check. Mobil, Febi. Schade, kein Motul. Keine Ahnung, warum hier Motul nicht so vertreten ist. Finde ich irgendwie schade, weil ich finde, Motul natürlich das beste Öl, ist klar. Nein, nein. Das ist mein Schwanza. Paris ist. Merhaba. Merhaba. Sen nezahen beri Ustasen? Ben mi? 89'dan beri. 89, maşallah. 50. Maşallah, aber benden genç duruyen. Valla ya. Bekir, bekir, bekir. Bekir, bekir. Vielen Dank. Teşekkürler. 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 Schönerin. Also bei mir in der Halle ist es ja auch so. Ich mach ja auch die ganzen Arbeiten. Was schwer ist, mach ich selber alles. Und bei mir ist es echt auch so, dass ich dann meistens, wenn die Feierhandel haben, bin ich auch in der Halle, mach die Werkstatt zu und dann arbeite ich dann für mich. Damit halt mich keiner stört, keiner anruft und so weiter und so fort. Und der macht das auch da oben halt. Find ich geil. Und falls der eine oder andere jetzt fragt, Jungs, warum das nicht sofort Ölwechsel gemacht? Genau deswegen. Weil ich wollte erstmal ein bisschen fahren damit, okay, 1000 Kilometer oder 1300 mittlerweile oder 400 schon, weiß ich gar nicht, sind wir schon gefangen. Ich wollte, dass das Ganze sich irgendwo ansammelt. Im Ölfilter haben wir jetzt ein paar Späne, kleine Späne gefunden. Ich hoffe mal, dass es nicht irgendwo am Lager ist oder so oder noch eine Welle. Glaube ich eher weniger. Ich schätze mal, dass der Ölfilter das Ganze aufgefallen wird. Wir haben gerade einen ABS-Sensor gemacht. Da ist alles fertig. Und zusammengebaut. Ey Leute, ich schwitze hier. Hier drinnen ist es über 40 Grad. Wir haben ein paar Ventilatoren überall. Aber deswegen gar nichts. Gar nichts. Die wirbeln nur die heiße Luft noch hin und her, habe ich das Gefühl. Jaß kaç? 15. 15. Kaç seveden beri yapıyorum burada? Daha bir ay oldu. Bir ay oldu. Nasıl? İş? İyi. Çok öğreniyor musun? Neler yapabiliyor? Yapabildiklerimi yapabiliyorum ben. Tamam. Aynen. Bönen kanns? Unde? Ganz schön, ganz schön. 6 Hör! Es sevent, das ist, das ist. İşte, das ist. Ein bisschen mehr. Ich denke, hier wieder be겠습니다. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Das ist ja. Die machen es auch richtig hier, der Junge. 15 Jahre alt und macht das seit einem Monat hier und er kann schon ein paar Sachen, glaubt er, und er hat das ganz unterste Stufe gestellt, Schlagschrauber, und hat festbezogen. Das ist gut. Und ich habe ihn noch gefragt, bis jetzt nachziehen. Ja, wird er machen. Doch, hier ist gut. Sorry, Motul, wir müssen mobil nehmen diesmal. Ja, der läuft gut, Leute. So, wir haben zwei jetzt, also wir haben jetzt 5,40 Tonnen anstatt 5,30. Und jetzt 5,40. Weil ich einfach denke, dass 5,40 einfach noch zu dick ist. 400.000 laufen, der Verbrauch bis zu nötig kann er natürlich. Und deswegen bin ich erstmal bis nach Hause, 5,40 geht. Und dann schauen wir mal. Wenn ich irgendwelche Probleme haben wollte, dann gehe ich wieder auf 5,40. Wir markieren die einmal hier, Leute. Ich habe die einmal markiert, weil ich gucke ja immer wieder rein und ich kann jetzt nichts nachziehen. Ich habe kein Werkzeug oder so. Ich will das ja auch nicht erst mal nachziehen oder so. Ich will nur, dass wir das einmal markieren und dass ich das immer wieder bei jedem Stopp oder jeden Tankfüllung einmal reinschneide. Ja, stimmt das oder nicht. Also sprich, 5,000 Kilometer später, hoffe ich, wenn wir gut ankommen, nochmal den Ölfilter abbauen und dann nochmal schauen, ob das Späne drin ist. Dann haben wir wieder viele Späne drin, dann kann es sein, dass Lager fallen oder so. Oder noch mal. Doch, lief mal. Aber das ist ganz egal, Leute. Es ist 400.000 gelaufen. Irgendwann bitte das so oder so haben. Und ich will den auch nicht abgegeben. Ups. Sorry. Danke. Danke. Hast du den Job gemacht, Ups? Ja, gut. Güzel. Gut. Habt ihr nochmal gefragt, wie er läuft und so erinnert sich gut. Wie geil ist das denn hier? Wie schön. 10.000 machen wir hier. Ja, auf jeden Fall echt. Ich bin beeindruckt von der Werke. Ist echt gut. Auch ein super Ups. Auch die Leute, ich habe Ahnung hier. Güzel. Ups, Ellene Kollane, Saale. So, ich bin jetzt fertig, Leute. Und ich fahre jetzt Richtung wieder nach Desloch. Und danach fahre ich nach Hause. Das ist ja noch das Wichtigste zu machen. Das haben wir noch vergessen. Ölwechsel war nicht so wichtig. Hallo, Ups. Wir lassen ihn jetzt waschen. Weil das Auto wurde noch nicht einmal gewaschen. Und deswegen, wenn wir jetzt dahin fahren. Also ist nicht weit weg. Wir fahren jetzt dahin. Und dann werden wir den einmal waschen. Dann bin ich mal gespannt, ob der Ding hier wieder glänzt. Das ist das Wichtigste. Auto waschen. Nichts anderes. Der hat ja mit denen geredet. Innen und Außen. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Und ich sag auch nichts. Sie soll einfach machen. Ist mir egal, was ich im Endeffekt hier zahle. So. Ihr seht. Das Ding ist noch dreckig bis zum Gehtnichtmehr. Aber richtig dreckig. Ne, die Felgen. Alles dreckig. Guckt euch daran. Oh. Oh, Unfall. Oh, da gibt es wieder voll viele Sachen hier. Ja, wenn du hier mit der Kamera rumläufst. Die Leute schauen dich an, als wissen ausseheblich. Hey, ich hab da gerade was gesehen. Das ist so interessant. Da muss ich dir mal fragen. Weißt du, was ich liebe in der Türkei? Die haben wenig, aber die sind glücklich. Und wir sind Mankers. Wir wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr. Guckt euch das mal an. Alles wurde gezogen, ne? Alles. Also der hatte einen richtigen Heckschaden gehabt. Alles wurde gezogen. Wahnsinn. Guckt euch das mal an, hier. Na, wie ist denn? Ja. Oh, der arbeitet. Video-checking. Video-checking, ja. Guckt euch das mal an, hier. Ja. Guckt euch das mal an, hier. Ärger- Kickge. Ja. America- 시작. Komisch. Kolay gelsin. Video-checking. Ja. Yasemin. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Sen de kaporta ichi yapayım. Evet, boya. Kaportayı çok sevmiyorum. Yani yenge, yani çok görmüyorum yenge de çalıştığım iklan. Evet, öyle. Sen nasıl oldu sen bunu yapıyorsun? Ichim, yanlış çalışıyordum. Ben de geldim, hoşuma gitti. Boya çok hoşuma gitti daha doğrusu. Sevdim yani. Devam ettim. Kaç seneden beri yapıyorsun? 1,5-2 seneye yaklaşıyorum. İşin de mükemmel yani. Ne güzel yapmışsın. Yani bunu sen kendin yapıyorsun, macunu çekiyorsun. Yani ustası oldun diyorsun. Yani süper bir şey. Burada bütün arabaları, içerideki araba falan hepsini siz mi yaptınız? Yani onu bir gördüm, arkası falan komple gitmiş. Kaporta boya ikisi de var. Sen de yapayım, kaporta işi de yapıyon mu? Yardım ediyorum eşime kaporta. Ama boya işinde Eşine de yaptırmıyorsun. Eşine de yaptırmıyorsun yani sen yapıyorsun. Yardım ettiği yerlerde oluyor. Güzel bir şey ya. Yani bizim orada öyle bir şey, çok görmüyoruz. Onun için yani çok güzel bir şey. Onun için yenge devam yap. Yine sana kolay gelsin. Görüşürüz. Bu hareketi diyeje ilk bir şey. Bir açık lira deze. Bir açık, bir açık. Açık, bir açık. Bir açık harç bozulu. Bir açık, bir açık. Bir açık. Bir açık. Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Frau, also natürlich in Deutschland gibt es sehr viele, aber hier habe ich das nicht gesehen. Und das finde ich richtig stark. Dass eine Frau in so einer Branche arbeitet, verdient meinen vollstes Respekt. Super. Und die hat geile Arbeit gemacht. Habt ihr gesehen, wie sie geschliffen hat und so? Wahnsinn. Ich freue mich, haben sie auch drauf in solchen Sachen. Hier ist doch ein Schein, ne? Wer ist der glücklichste Mensch der Welt? Ich hoffe nicht mehr. Was ist der, Junge? Der fährt Autos? Der war keine Szene. Wahnsinn. Wenn ich ihn gleich sehe, muss ich ihn auf jeden Fall anhalten. Krant. Das ist doch sehr spannend, ey. Das ist doch sehr spannend, ey. Ich war keine noch viel für euch. Okay, ich bin sehr wunderschön, weil wir hier ge burkert haben. Wir haben nicht gesagt, dass wir hier geschlossen haben. Wir haben nicht gerade gemacht, dass wir in den ersten Mal machen. Wir sind die 20, die 20, die Farbe gerentigt haben. B Artsamo, wenn man das ist, pouvoir das ist, wie man es... Sogar da wird. Wir machen so, wirklich schön und er arcane. Ich habe aber auch einen schönen Tag zu sehen. Wir sind die Menschen sehr buenas. Ich habe was etwas. Bester Auto! Bester Auto! Bester Auto! Bester Auto! Der eine macht das gut, der eine gut, dass der so schnell geht. Das geht immer wieder bei mir auf hin. Ich muss schon sagen, wir arbeiten sehr gut. Guck mal, die machen da schön sauber. Leder und so machen die schön sauber. Die Seiten machen die schön sauber. Die Fenster und so haben die sauber gemacht. Ich muss sagen, die lassen sich sehr viel Zeit. Und die machen das richtig gut. Plus mit super guten Produkten. Muss ich sagen. Es ist ja weit von mir jetzt ein Pferd. Aber wenn das jetzt in der Nähe wäre. 30 Kilometer. Weißt du was? Vielleicht mache ich das auch nächstes Mal wieder hier. So, ehrlich. Also ich bin echt bei einem gut. Und hier seht ihr, das saugert auch. Also ich würde hier mein Auto echt polieren lassen. Muss ich sagen. Würde ich machen bei denen. Die haben die Sitzes sauber gemacht. Die haben das innen sauber gemacht. Richtig schön. Und von außen. Das Ding glänzt. Also so hatte ich den noch nie gehabt. Seit ich den habe. Geil. Also da in Antalya, letztes Jahr, hat der Typ mit Politur so lange gebraucht. Also für innen, außen, für 13 Euro nichts, nichts. Können wir noch ein paar Minuten reden und dann muss ich auch schon wieder zurück nach Hause. Feierabendverkehr wartet auf heute. Aber egal, ich bin glücklich. Auto geht's gut. Das ist das Wichtigste. Und Eidosch, wie ist es geworden? Sehr schön sieht der aus. Ja? Echt? Ja, richtig. Brauni. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Haben sie echt schön. Richtig gut. Also wir haben echt super Arbeit gemacht. Ja. Ja, was natürlich schade ist, mit dem Dellen-Doktor, dass es nicht geklappt hat. Er hat gesagt, das dauert einfach viel zu lange. Haben wir heute nicht schaffen. Also gut, dass wir einen Ölwechsel gemacht haben. Ja, da waren so ein, zwei kleine Späne. Weil wir müssen jetzt nochmal 600, 700 Kilometer fahren nach Ankara und davon da dann wieder zurück. Ja, also ich will mein Auto immer so schön haben. Immer so schön am glänzen ist hier. So, guckt euch mal hier die Stellen an, wie schön das aussieht. Für die ganzen Leute, die jetzt auch in den Urlaub fahren sollten oder auch im Urlaub sind, wünsche ich euch auf jeden Fall schönen Urlaub. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier reinspringen. Weil ich habe so geschwitzt heute, das gibt es nicht. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey Leute, ich will mein Eis haben. Ja. Buka, da war es nicht mehr. Ich meine Sevilla. Bis zum nächsten Mal.